Hallo, herzlich willkommen zu diesem Tutorial, mein Name ist Frank. Unser Smartphone ist ausgestattet mit vielen Sensoren. Sensoren sind Fühler, die unsere Bewegungen, hell und dunkel, und noch mehr messen können. Die App Science Journal benutzt diese Sensoren. Das heißt, du kannst mit der App kleine Experimente und Messungen machen. In diesem Video zeige ich dir, wie du die App Science Journal benutzen kannst. Und ich benutze dafür ein Tablet, weil das ist ein bisschen übersichtlicher. Du findest die App bei Google Play oder hier im App Store zum Herunterladen. Das ist das Hauptmenü von Science Journal. Ich möchte zuerst mal ein neues Experiment erstellen. Darin halte ich dann meine Messungen fest. Ich tippe also auf das Plus unten rechts. Zunächst gebe ich dem Experiment einen Namen und tippe oben in der Zeile auf den Stift. Jetzt kann ich einen Titel für mein Journal eingeben. Wie du siehst, habe ich noch keine Beobachtung. Das will ich jetzt ändern. Wenn ich hier oben die Sprechblase auswähle, kann ich Text hinzufügen. Ich sitze an meinem Schreibtisch und will messen, wie hell es hier ist. Ein Tipp auf den blauen Button und der Text steht in meinem Journal. Wenn ich den Text noch verändern oder löschen möchte, muss ich bei dem Textblock auf die drei Punkte tippen. Als nächstes möchte ich ein Foto von dem Ort machen, an dem ich die Messung durchführe. Hier kann ich ein Foto mit der Kamera aufnehmen. Und hier kann ich ein Foto, das ich schon mit der Kamera gemacht habe, aus meiner Fotobibliothek laden. Ein Tipp auf den blauen Button und das Foto erscheint in meinem Journal. Nun aber zum Wichtigsten. Mit einem Tipp auf dieses Kreissymbol hier komme ich in den Sensorenbereich. Hier kann ich verschiedene Messgeräte auswählen. Ich kann den Luftdruck messen mit dem Barometer oder die Beschleunigung mit verschiedenen Sensoren. Ich kann die Lichtmenge messen. Außerdem habe ich einen Kompass und einen Magnetometer, das auf elektrische Ströme und Metallgegenstände reagiert. Und mit den Schallsensoren kann ich die Schallintensität und Tonhöhe messen. Ich möchte mal als Beispiel messen, wie hell es hier in meinem Büro ist. Einmal mit eingeschalteter und einmal mit ausgeschalteter Lampe. Dafür wähle ich Helligkeit aus. Was passiert hier? Mit einem Tipp auf das I bekommen wir Informationen zu diesem Sensor, wenn wir möchten. Die Frontkamera des iPads, die gerade zu mir hin zeigt, die misst hier die Lichtmenge. Damit kann ich messen, wie weit weg und wie intensiv Lichtquellen sind. Das Ganze wird in der Einheit LW, Lichtwert, gemessen. So, wie du siehst, ist der Wert gerade so ungefähr bei 3. Ich nehme jetzt auf mit angeschalteter Lampe. Das heißt, ich starte meine Messung und das mache ich hier mit dem roten Button. Und dort stoppe ich die Messung auch wieder. Jetzt befindet sich die Messung in meinem Journal. Ich sehe hier verschiedene Werte, zum Beispiel den Durchschnittswert. Ich mache noch eine zweite Messung mit ausgeschalterter Lampe zum Vergleich. Ja, wie zu sehen ist, ist der Wert deutlich niedriger. Tageslicht ist zwar relativ stark, aber heute ist es draußen ziemlich grau und wolkig. So, jetzt kannst du deine eigenen Messungen mit dem Science Journal machen. Probiere auch die anderen Sensoren damit mal aus. Was passiert zum Beispiel, wenn du mit dem Smartphone in der Hand schnell läufst oder hoch und runter springst? Ich wünsche dir dabei viel Spaß.